Ich lerne Deutsch. Nummer 2710 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Möchtest du den Cappuccino hier im Restaurant trinken oder möchtest du ihn mitnehmen? Möchtest du den Cappuccino hier im Restaurant trinken oder möchtest du ihn mitnehmen? Willst du diese Brille mal aufsetzen? Danach kannst du entscheiden, welche Brille du haben möchtest. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Ich muss jetzt mit den Privatgesprächen aufhören. Ein Kunde ist in der Warteschleife. Ich muss jetzt mit den Privatgesprächen aufhören. Ein Kunde ist in der Warteschleife. Ich muss jetzt mit den Privatgesprächen aufhören. Ein Kunde ist in der Warteschleife. Ich kann nicht gleichzeitig telefonieren und an der Konferenz teilnehmen. Die Flagge Kanadas zeigt ein Ahornblatt. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Die Flagge Kanadas zeigt ein Ahornblatt. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Nicht jeder schafft es immer bis ganz nach oben. Nicht jeder schafft es immer bis ganz nach oben. Nicht jeder schafft es immer bis ganz nach oben. Wir studieren beide Informatik im 8. Semester und bereiten uns auf das Diplom vor. In vielen Ländern sind Rauchmelder Pflicht. Sie können Leben retten. In vielen Ländern sind Rauchmelder Pflicht. Sie können Leben retten. Die Pflanze ist völlig vertrocknet. Warum hast du sie nicht gegossen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Ring ist heute um 30 Prozent im Preis reduziert worden. Ich muss ihn sofort kaufen. Meditieren hebt deine Stimmung und verbessert deinen Umgang mit deinen Gefühlen. Meditieren hebt deine Stimmung und verbessert deinen Umgang mit deinen Gefühlen. Die Meditation verstärkt deine positiven Persönlichkeitseigenschaften. Meditieren hebt deine Stimmung und verbessert deinen Umgang mit deinen Gefühlen. Die Meditation verstärkt deine positiven Persönlichkeitseigenschaften. Das solltest du dir anschauen. Dieser lustige Film wurde heute veröffentlicht. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Ich finde, ich sehe komisch aus mit einem roten Hut. Ich finde, ich sehe komisch aus mit einem roten Hut. Warum lieben Kinder Teddybären? Was ist das Besondere an ihnen? Hast du einen kleineren Hut für mich? Hast du einen kleineren Hut für mich? Diesmal werfe ich den Ball mit Leichtigkeit in den Basketballkorb. Diesmal werfe ich den Ball mit Leichtigkeit in den Basketballkorb. Ich wusste schon vorher, dass diese Idee gut ist und ich arbeite weiter an der Verbesserung. Ich wusste schon vorher, dass diese Idee gut ist und ich arbeite weiter an der Verbesserung. Wir öffnen unser Geschäft um 8 Uhr morgens. Meistens warten die Kunden schon vor der Tür. Wir öffnen unser Geschäft um 8 Uhr morgens. Meistens warten die Kunden schon vor der Tür. Mit dieser Kapsel stimmt etwas nicht. Sie sieht anders aus als die anderen. Mit dieser Kapsel stimmt etwas nicht. Sie sieht anders aus als die anderen. Ich habe die erste große Hürde genommen. Jetzt kann es nur noch positiv weitergehen. Ich habe die erste große Hürde genommen. Jetzt kann es nur noch positiv weitergehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns bitte ein Like. Ich habe die erste Hürde genommen.